Fetzner, erstmal hallo und herzlich willkommen bei uns hier beim DSF im Tischtennis. Ja Steffen, die Top-Spieler sind heute zum Teil erst zurückgekommen aus Katar, von den Katar Open. Dani Heister zum Beispiel, der Spitzenspieler des TTV Gönner in der Heimannschaft hier. Heute Morgen 6.20 Uhr kam der Flieger aus Katar nach Frankfurt. Steffen Fetzner war nicht in Katar, warum nicht? Ja, ich bin verletzt, ich habe schon seit längerem Probleme mit den Knien und bin da aus diesem Grund dann nicht nach Katar gefahren. Müssen wir uns Sorgen machen, werden Sie Grenzer in den nächsten Wochen fehlen? Ne, ich denke, dass ich bis zum Ende der Woche die Verletzung so weit in den Griff bekomme, dass ich dann ab Montag wieder mit dem Training beginnen kann und ich denke, dass ich dann auch die nächsten Spiele für Grenzer wieder 100% Leistung bringen kann. Steffen Fetzner, natürlich den Zuschauern bekannt geworden durch seinen Weltmeistertitel im Doppel 1989 in Dortmund und genau zum Doppel wollen wir jetzt auch kommen, nämlich zum Top-Doppel bei dieser heutigen Bundesliga-Begegnung. Wir steigen ein im ersten Satz und zwar begegnen sich dort die Gönnerner-Partie zu und Boll gegen Chen, Zibin und Chang Kongwa aus Mühlheim. Wir sehen den Spielstand unten rechts eingeblendet, das ist übrigens der Herr mit dem Stirnband, das ist Timo Boll, das 16-jährige Supertalent hier vom TTV Gönnern. Ja, Steffen, vielleicht sollten wir einfach mal zu diesen beiden Doppeln was sagen. Die Mühlheimer Kombination ja in der besten Liste, wenn wir mal reinschauen in die Liste, 6 zu 6 Spiele auch ausgeglichene Bilanz, währendzu Boll, glaube ich, schon ein echtes Top-Doppel der Bundesliga ist. Ja, man sieht es, also die haben neun Spiele gewonnen, nur zwei verloren, der Timo Boll und der Ksu Senkai, wobei Chang Kongwa und Chen Zibin eine ausgeglichene Bilanz haben. Ich denke, dass die Links-Rechts-Kombination doch Vorteile hat in diesem Doppel, das heißt, Boll und Ksu Senkai sind, glaube ich, in diesem Doppel favorisiert. Das heißt, Links-Rechts-Kombination in dem Fall, weil Timo Boll halt Linkshänder ist. Die beiden Chinesen ja auch besonders deshalb interessant, weil Chang Kongwa ein Penholder-Spieler ist. Vielleicht sollten wir das kurz sagen, ich hoffe, wir werden das dann gleich auch sehen. Penholder-Griff ja eine Schlägerhaltung, die nicht unbedingt üblich ist. Ja, bei den Chinesen doch sehr verbreitet, wobei die Chinesen inzwischen auch in der Nationalmannschaft überwiegend Shake-Hand-Spieler einsetzen. Das heißt, zu 80 Prozent würde ich sagen Shake-Hand-Spieler, denn es sind doch eindeutige Vorteile für einen Shake-Hand-Spieler da. Er kann mit Vor- und Rückhand agieren, wobei ein Penholder-Spieler doch ein Handicap hat, dass er eigentlich keine Rückhand hat. Ich denke, das wird auch diesem Doppel-Entscheidend sein, denn zwei Rechtshänder haben eh schon einen Nachteil gegen eine Links-Rechts-Kombination. Und zusätzlich hat Chang Kongwa noch das Handicap, dass er Penholder-Spieler ist. Also das heißt, er kann seine Rückhand nicht so aggressiv einsetzen. Es war schon im Hinspiel eine relativ ausgeglichene Auseinandersetzung zwischen diesen vier Herrschaften. Chen Chang gegen Zhu Boll damals ging es 1 zu 2 aus, also für die beiden Ausgönnern. 21 zu 17 damals, der erste Satz verloren für die Mühlheimer, dann gewannen sie den zweiten Durchgang damals, 22 zu 20 und dann 21 zu 15 für Zhu und Boll. Der entscheidende, der dritte Satz. Dieses Zusammenspiel, was ja nötig ist zwischen den beiden Spielern hier im Doppel, wird das eigentlich häufig trainiert im Training? Ja, man macht schon vor dem Spiel einige Wettkämpfe auch im Doppel, denn man muss sich eine gewisse Taktik auch überlegen gegen die verschiedenen Doppel. Aber insgesamt gesehen wird, glaube ich, in Europa generell sehr wenig Doppel trainiert. Ich denke, da sind uns die Asiaten auch etwas voraus, die also sehr gezielt auch Doppel trainieren. Timo Boll, den wir jetzt hinten, jetzt gerade hat er wieder die Vorhand eingesetzt, gesehen haben. Das ist ja im Moment auch Ihr Doppelpartner, Steffen, in der Nationalmannschaft. Vielleicht sagen Sie einfach mal ein paar Sätze, was zeichnet diesen doch jetzt unheimlich jungen Spieler besonders aus, der ja wirklich senkrecht, starterhaft nach oben gekommen ist. Ja, der Timo ist zwar erst 16 Jahre alt, aber er ist schon unheimlich abgeklärt im Spiel. Er hat eigentlich keine großartige Schwäche in seinem Spiel auch, er ist also mit Vor- und Rückhand eigentlich gleich stark. Er muss vielleicht noch einiges lernen jetzt, was im taktischen Bereich liegt, aber wie gesagt, es kommt auch mit der Erfahrung. Er ist erst seit vielleicht einem Jahr international dabei. Und er muss einfach gegen die guten Leute so oft wie möglich antreten. Wir sehen das, das ist aber überhaupt keine leichte Aufgabe für die beiden Ausgönnern. 13 zu 11 Führung für die Mülheimer. Ja, man hat gerade gesehen, er hat also seinem Doppelpartner angezeigt, welchem Schnitt er dem Ausschlag geben wird, damit sich sein Partner auf den Rückschlag dementsprechend einstellen kann. Helmut Hampel, der Cheftrainer hier in Gönnern, hat uns vor dem Spiel noch gesagt, im Doppel, da ist das so, einer führt und der andere führt aus. Ist das wirklich so eine Art Ziegleichung, die man für jedes Doppel anwenden kann? Ja, das ist eigentlich immer ein Wechselspiel. Also der eine muss vorbereiten und der andere kann den Punkt dann abschließen. Und das wechselt sich eigentlich immer, je nachdem, auch wer beim Ausschlag, wer beim Rückschlag ist. Aber deswegen ist es eigentlich auch immer erfolgreich, einen Doppel zusammenzustellen, wo der eine vielleicht mehr der Vorbereiter ist, der andere vielleicht mehr derjenige, der den Punkt abschließen kann. Wenn wir dann mal auf ihre erfolgreichsten Spiele kommen, im Doppel, Horstkopf-Vetzner, wie waren da die Aufgaben verteilt? Ja, eindeutig so, dass ich eigentlich derjenige war, der die Punkte vorbereitet hat. Und der Jörg dann zum Endschlag kommen konnte und den Punkt letztendlich dann auch machen konnte. Übrigens für die Fans von Horstkopf-Vetzner darf ich verraten, diese Kombination wird es durchaus mal wieder geben. Vor allem im Hinblick auf Sydney 2000, das ganz große Ziel, die Olympischen Spiele in Australien. Da werden also Steffen Fetzner und Jörg Roskopf wieder versuchen, es genauso erfolgreich zu spielen, wie zum Beispiel in Barcelona, als sie ja Silber gewonnen haben. Jetzt die entscheidende Phase dieses ersten Durchganges. Die Mühlheimer führen mit 17 zu 14. Aufschlag zu. Ja, hat man jetzt sehr deutlich gesehen, Timo Boll hat den Punktgewinn eigentlich sehr, sehr gut vorbereitet. Mit diesem aggressiven Flipball auf die Rückkantseite von Cancun War und der Xu Senkai musste eigentlich nur noch den Punkt abschließen. Zu auch schon 36 Jahre alt, aber immer noch unverzichtbar im Team des TTV. 16 zu 17, sie haben sich herangekämpft. Ja, der Schiedsrichter hat auf Netzaufschlag erkannt, was eigentlich die Spieler etwas verwundert hat, aber sie akzeptieren es so. Ja, das kann auch schon mal ein Spiel kippen lassen, eine solche Entscheidung. Ja, war eine wichtige Situation, war 17 zu 16, war eigentlich ein Punktgewinn für die Mühlheimer Kombination. Letztendlich steht jetzt 17 beide. Jetzt aber wieder 17 zu 18 für die Mühlheimer, die jetzt wieder Aufschlag haben. Also ein Vorteil, sicher auch im Doppel der Aufschlag, kann man das sagen? Ja, im Doppel ist der Aufschlag einziglich so entscheidend. Ich denke mal, jetzt hat Gönnern den Rückschlagsvorteil, denn Timo Boll als Linkshänder ist dann doch in der Situation jetzt bevorteilt. Cenzibin beim Aufschlag. Jetzt sieht man auch, der Ausschlag war zu lang von Cenzibin und Timo konnte ja eigentlich direkt einen Vor- und Topspin anbringen, der dann auch zum Punktgewinn geführt hat. Vielleicht das größte Talent, was der Deutsche Tischtennisbund im Moment aufzubieten hat, Timo Boll. Der Jugend-Europameister, der vor kurzem auch das europäische Top-12-Turnier der Jugend gewonnen hat in Luxemburg. Im Moment gibt es sicher keinen besseren als Timo Boll in Europa in seiner Altersklasse. Und jetzt 20 zu 18 für die Gönnern. Also sie haben diesen ersten Satz quasi umgebogen. Ja, waren zwei sehr gute Rückschläge von Timo, der zweimal den zu langen Aufschlag direkt attackieren konnte. Und jetzt der aggressive Flip auf die Rückhand, der den Canko war doch überrascht hat. Aber man hat gesehen, das ist das große Handicap von Canko, weil er hat einfach keine Rückhand. Und kann man sich eigentlich in dem, ich sag mal, recht hohen Alter, in dem sich ja auch Canko war durchaus schon befindet, kann man sich da nochmal umstellen? Könnte man sagen, also pass mal auf, das bringt nichts, du musst dich auf diesen Shake-Hand-Griff umstellen? Nein, das geht nicht. Ein Spieler erlernt mit Shake-Hand oder mit Penholder-Haltung und in diesem Alter kann man das auch nicht mehr umstellen. Vielleicht in ganz jungen Jahren ist es noch möglich, aber wie gesagt, in diesem Alter, in Canko, was sich befindet, ist es nicht mehr möglich. Aber trotzdem, man kann durchaus auch klar über 30 noch absolute Top-Leistungen in der Bundesliga zeigen. Die beiden beweisen das und das beweist unter anderem ja auch ihr Mitspieler in Grenzau, Andrzej Grubber, der Spielertrainer, 39 Jahre alt und er schlägt reihenweise noch Weltklasseleute. Ja, wie gesagt, es ist Mitte 30 oder auch Ende 30, wie Andrzej Grubber, ist, glaube ich, eine Ausnahme. Aber er verfügt einfach über sehr, sehr viel Ballgefühl, über Talent, hat eine sehr gute Ballabschätzung, eine Antizipation und das kann man auch nicht erlernen oder trainieren. Bei den Chinesen ist es so, dass die einfach auch über eine sehr große Spielerfahrung verfügen und wenn man sieht, Chen Zipin war ja auch ein absoluter Weltklasse-Spieler, er war fünfmal chinesischer Meister und wenn man in China mal Meister war, dann hat das eigentlich schon was zu bedeuten und er war ja auch in der Weltspitze ganz vorne dabei. Davon profitiert er jetzt natürlich immer noch. Jetzt aber wollen wir wieder zum Spiel kommen. Zweiter Durchgang in diesem Doppel nach dem Zu- und Boll den ersten Satz mit 21 zu 18 für sich entschieden haben. Ja, man hat es jetzt schon wieder am ersten Ballwechsel erkannt, die Gönner-Spieler versuchen natürlich die Schwäche von Can Conva auszunutzen und versuchen ihn so oft wie möglich auf der Rückhand anzuspielen, aber in dieser Situation hat er das eigentlich sehr, sehr gut gelöst. Ja, Gsu hat eben wieder versucht, ihn lang auf der Rückhand anzuspielen, aber Can hat es erkannt und ist dann umgelaufen, hat mit der Vorhand gespielt. 4 zu 1 Punkte beim Aufschlagspiel von Chan-Ci Bin. Das ist ja wichtig, dass man, wenn man selbst Aufschlag hat, zumindest mal diesen Aufschlag nicht verliert, also 2 zu 3 oder 1 zu 4. Das kann vor allem im Einzelnatürlich aber sicher auch im Doppel durchaus eine Vorentscheidung sein, wenn man eben sein eigenes Aufschlagspiel abgibt. Jetzt der Aufschlag bei Susan Tuy. Im Doppel ist es eigentlich hauptsächlich so, dass der Rückschläger versucht, den Ball kurz zurückzuspielen. Also man sieht auch ganz selten mal einen langen Rückschlag. Der Rückschläger versucht, den Ball kurz zurückzuspielen, um dann seinem Partner die Möglichkeit zu geben, mit dem nächsten Ball in den Angriff zu kommen. Denn eigentlich ist es im Doppel so, dass diejenige Kombination, die zuerst in den Angriff kommt, dann auch den Punkt macht. Da sehen wir mal hier vorne links den Pen-Holder-Griff, gerade kurz bei Chan-Ci Bin gesehen. Es ist wirklich so, als wenn sie einen Füllfeder halten, liebe Zuschauer, so muss man sich das vorstellen. So muss eben da in diesem Falle der Schläger auch gehalten werden. Der Pen-Holder-Griff hat den Vorteil, dass er beim Aufschlag den Ball mehr Effet geben kann. Das heißt, er hat mehr Spielraum im Handgelenk und kann dadurch dem Ball beim Aufschlag speziell mehr Effet geben. Schauen wir mal hier hin, bei dieser Aufschlagstudie von Xoo. Was passiert da mit dem Aufschlag? Ja, er hat jetzt natürlich mit dem linken Arm versucht, den Ball zu verdecken. Das heißt, der Gegner sollte nach Möglichkeit nicht sehen, wie er den Ball trifft, um dann durch auch schwieriger den Effet, der im Ball ist, erkennen zu können. Wobei die Regel ja eigentlich klar ist, der Gegner muss den Ball sehen, wenn der Ball muss eigentlich auf dem ausgeschreckten Handteller liegen, oder? Ja, er muss den Ball sehen in dem Moment, wo er den Ball hochwirft. Es gibt aber eine Regel, dass der Spieler nicht mehr als 90 Grad zum Tisch stehen darf, aber man darf trotzdem den Ball mit der Hand verdecken. Also das ist nach wie vor möglich. Also 10 zu 5 jetzt. Ja, wenn man... Ja, erstens hat 1713 geführt, jetzt eine 10-5 Führung. Das ist übrigens Helmut Hampel gewesen, der ist Cheftrainer von Gönnern, sollten wir kurz sagen. Aufschlag Timo Boll. Um ihn herum würde in Gönnern, das wollte ich kurz sagen, Steffen, um ihn herum, um Timo Boll, wurde in Gönnern diese sehr erfolgreiche Mannschaft aufgebaut. Alle Spieler dieser Mannschaft wohnen in Timo Bolls Wohnort in Höchstem Odenwald. Und sicher eine Seltenheit, vielleicht sogar eine absolute Rarität im Spitzentischtennis. Die Heimspiele der Mannschaft werden im 180 Kilometer entfernten Breidenbach ausgetragen und trainiert und gewohnt wird in Höchstem Odenwald. Auf dieses Modell haben wir vielleicht noch später ein bisschen mehr Gelegenheit einzugehen. Auf jeden Fall ungewöhnlich. Aber man will, das hat uns Trainer Hampel ganz klar gesagt, man will hier um Timo Boll ein absolutes Spitzenteam aufbauen. Im Moment sind sie es ja schon. Wie gesagt, Pokalsieger, Finalsieg gegen Frickenhausen. Und der junge Timo Boll ist sozusagen die Galleonsfigur hier beim Tischtennis in Gönnern. Um ihn herum wurde diese feine Mannschaft aufgebaut. Ich glaube, damit konnte man auch nicht rechnen, dass Gönnern so weit vorne steht in der Tabelle. Oder, Steffen? Ja doch, ich glaube, Gönnern hat in der abgelaufenen Saison schon gezeigt, dass sie gegen jede Mannschaft bestehen können, auch gegen die Spitzenteams. Und haben sich jetzt in dieser Saison nochmal verstärkt. Timo Boll hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und Gönnern steht, glaube ich, nicht umsonst jetzt auf dem dritten Tabellenplatz. Und spätestens, glaube ich, mit dem Pokal, sie haben es ja auch bestätigt, dass sie dieses Jahr auch in der Lage sind, ganz vorne mitzuschwimmen. Im Übrigen auch noch im internationalen Geschäft dabei. Im ET2U-Pokal im Halbfinale. Da sieht es aber nicht ganz so gut aus. Das erste Spiel, ich glaube, es war gegen Bad Honef, wurde mit 4 zu 1 verloren. Hat man wieder gesehen, also Su Senkai hat den Chang Kong Wa auf seiner vermeintlich schwachen Seite angespielt, auf der Rückhandseite und hat auch direkt im Punkt damit gewonnen. Und hier also jetzt beim Aufschlag zu Senkai. Das klappt nicht alles bei ihm in diesem Doppel bei Shinzi Bin, der ja im Einzel eine feste Größe ist bei den Mühlheimern, der zuletzt zum Beispiel Samsonov und Jörg Roskopf geschlagen hat. Und das sind nun wahrlich keine Nebenspieler im Tischtennisgeschäft. Er hat sehr gut reagiert vom Timo, hat den Ball in die tiefe Vorhand bekommen. Das heißt, es ist eigentlich jetzt in dem Doppel die unangenehme Position für ihn, wenn er ganz weit in die Vorhand laufen muss. Aber er hat den Ball sehr, sehr gut zurückgespielt. Führung jetzt wieder für die beiden Spieler der Gastgeber. Allerdings wird es wieder ein bisschen enger. 16-14 jetzt die Führung für Su und Boll. Viele sagen ja, gerade in diesem Vierermannschaftsspiel, wie das Moment ja praktiziert wird in der Bundesliga, die beiden Doppel, die können da schon eine Art Vorentscheidung sein. Und Frank Heggenberger, der Coach des Post-SV Telekom Mühlheim, sagte uns vor dem Spiel, also aus den beiden Doppeln, da wollen wir schon mit 1 zu 1 Punkten rauskommen. Und diese beiden haben fraglos die größeren Siegchancen. Zumindest erwartete man das vor Beginn dieses Spiels. Aufschlag jetzt wieder bei Csang Konga. Ja, man sieht wieder, der Timo hat sehr viele Ideen beim Rückschlag und die Müllehammer können sich eigentlich überhaupt nicht einstellen, was passiert jetzt. Spielt er kurz, spielt er einem lang. Diese Bälle, liebe Zuschauer, erreichen Geschwindigkeiten bis 170 Stundenkilometer. Also gefragt ist eine unwahrscheinlich schnelle Reaktion. Das sieht man, glaube ich, selbst in der Zeitlupe. Macht man eigentlich spezielles Reaktionstraining, Steffen? Nein, das übt man eigentlich täglich am Tisch. Es gibt so ein Intervalltraining, wo ein Trainer ganz nah am Tisch steht und mehrere Bälle ganz schnell hintereinander einspielt. Damit schult man etwas die Reaktion. Aber wie gesagt, durch das tägliche Training automatisiert man die Bewegung derart, dass man letztendlich dann im Spiel auch keine Probleme hat, die Bälle zurückzuspielen. 18 beide jetzt in diesem zweiten Durchgang. Es steht wirklich auf des Schlägers Schneide. War jetzt eigentlich ein einfacher Fehler. Der Aufschlag vom Timo war eigentlich zu lang, aber Cenzipin hat den Ball über den Tisch gezogen. Er ärgert sich auch dementsprechend. Hier sieht man eigentlich auch schön, wie der Timo versucht, den Schläger nur mit drei Fingern zu halten. Das heißt, er versucht, dem Handgelenk mehr Spielraum zu geben. Ähnlich wie beim Penholderspieler dann dem Ball mehr Effet geben zu können. Satzball jetzt für die Mühlheimer. Und den vergeben sie. Ja, das wäre jetzt schon sehr wichtig gewesen, dass sie hier den Punkt machen, aber zunächst einmal abgewehrt dieser Satzball von Boll und Süd. 20 Beine. Jetzt wechselt der Aufschlag bei jedem Punkt. Bespricht man sich noch mal kurz, was hat man vor, welchen Aufschlag macht man, welchen Rückschlag macht man. In solchen Extremsituationen ist es dann doch sehr entscheidend, dass die Abstimmung stimmt. Ich denke mal, der Xusenkay hat es vor dem Aufschlag dem Timo schon angedeutet, dass er ihm vielleicht lang in die Rückhand anspielen wird. Timo hat dann dementsprechend schon vielleicht in der Diagonalen warten können, aber hat direkt den Punkt damit gewonnen. So, beim Aufschlag. Da ist es passiert. Tatsächlich 2 zu 0. In den Sätzen gewinnen zu und voll gegen Chen Zibin und Chang Kong war uns verschaffen. Wir ändern damit einen wichtigen Punkt zum Auftakt dieser Bundesliga-Begang. So, während wir hier noch eine Studie haben und zu Senkai, dem 36-jährigen Partner des 16-jährigen Timo Boll, der könnte also ohne weiteres sein Sohn sein, lief ja am Nachbartisch parallel die andere Doppelpartie zwischen Danny Heister und Slobodan Grujic für Gönnern und zwischen Christian Franzl und Maxim Schmirew für Mülheim. Und dieses Spiel wollen wir natürlich auch kurz uns anschauen. Hier sehen wir es. Wir gehen rein beim Spielstand von 14 zu 12.